37 Jahre schuften und dann eine Altersrente von 1200 Euro bekommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Durchschnittsverdiener in Deutschland müssen ca. 37 Jahre arbeiten, um dann später einmal, wenn sie in die Regelart der Rente gehen, 1200 Euro Rente monatlich netto zu erhalten. Eine Modellrechnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigt es, wer also diese 37 Jahre in einem Durchschnittsverdienst arbeitet, erwirtschaftet somit rund 1200 Euro Rente. Wer aber nur 27 Jahre, also 10 Jahre weniger arbeitet, der kommt wohl laut dieser Modellberechnung des BMAS auf gerade mal so eine Rente, die über dem Sozialhilfeniveau liegt. Auch das haben wir mal uns näher angeschaut und gerechnet. Also das heißt, wir haben zwei Rechnungen angestellt. Einmal die 37 Jahre Durchschnittsverdienst und einmal 27 Jahre Durchschnittsverdienst. wollten einfach mal wissen, was das Bundesministerium für Arbeit und Soziales da so ausgerechnet hat und auf was für ein Ergebnis wir kommen. Ich muss dazu sagen, dass diese Modellberechnungen immer nur modellhaft sind. Und die gehen davon aus, dass sie tatsächlich entweder 27 Jahre oder 37 Jahre im Durchschnittseinkommen voll durcharbeiten. Sie sind also weder krank, arbeitslos, noch haben sie irgendwelche Lückenzeiten im Versicherungskonto drin, die sozusagen diesen ganzen Rentenwert nach unten drücken können. Also schauen wir uns das alles mal an. Aber von vornherein gesagt, wer 37 Jahre arbeitet und 1200 Euro Monatsrente netto ausgezahlt bekommt, diese Rente ist im Grunde genommen im Vergleich zu Beamtenpensionen und Ruhegehältern von Bundestagsabgeordneten absolut jämmerlich. Also jämmerlich niedrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dafür leider kein anderes Attribut. Ein Bundesbeamter, der mit Stand 2022 fünf Jahre als Beamter gearbeitet hat, hat eine Mindestversorgung oder einen Anspruch auf eine Mindestversorgung, und zwar amtsunabhängig von 1866 Euro brutto, meine Damen und Herren, und das nach fünf Jahren Arbeit. Das schaffen die meisten Rentnerinnen und Rentner selbst nach 45 Jahren Arbeit in Deutschland schlicht und ergreifend nicht. Und deshalb sage ich auch, es muss eine erwerbstätige Versicherung für alle her. Dann hört diese unsägliche Diskussion auf und auch diese Ungerechtigkeit zwischen gesetzlichen Altersrenten, vor allem deren Höhen und der Ruhegehälter von Beamten und auch von Bundestagsabgeordneten. Aber dazu sage ich noch im Abgang dieses Videos etwas. Meine Damen und Herren, schauen wir uns jetzt einfach mal die Berechnungen an. Ich habe mal angefangen mit den 27 Jahren. Gehen wir einfach mal rein. Ich habe dazu schon einen Beitrag vorbereitet, der dann auch in den nächsten Tagen veröffentlicht wird oder dann auch schon, wenn das Video veröffentlicht wird, auch dann auf Rentenbescheid24.de nachzulesen ist. Also gehen wir mal in das Rechenbeispiel rein. Ja, wir haben hier ein Durchschnittsentgelt. Ich mache das mal ein bisschen größer. Gucken wir, dass Sie das vielleicht ein bisschen besser sehen. Manche sagen ja immer, Herr Knöppel, machen Sie das mal ein bisschen größer, dass wir das nachvollziehen können. Also Sie sehen hier, wir haben also hier ein Rechenbeispiel mit dem vorläufigen Durchschnittsentgelt für das Jahr 2023. Das ist eine rentenrechtliche Rechengröße, die ist auch gesetzlich abgebildet, beträgt 43.142 Euro. Ich bekomme, wenn ich ein Jahr lang brutto 43.142 Euro verdiene, brutto Jahresverdienst, ein Entgeltpunkt. Ein Entgeltpunkt entspricht 37,60 Euro monatliche Rente, also Rentenansprüche. 37,60 Euro deshalb, weil der aktuelle Rentenwert seit dem 1.7.2023 genau 37,60 Euro bundeseinheitlich beträgt. Jetzt habe ich 27 Jahre. Wir haben ja gesagt, wir gehen hier voll durcharbeiten, ohne Pause, ohne Lücken, ohne Sozialleistungsbezug, ohne Hartz IV, ohne Bürgergeld, ohne Selbstständigkeit. Also voll durchknallen, 27 Jahre. Das heißt also, ich multipliziere einfach die 27. Ich kriege also pro Jahr einen Entgeltpunkt. Das macht bei 27 Jahren genau 27 Entgeltpunkte. Ja, ist nachvollziehbar, denke ich mal. So, und diese 27 Entgeltpunkte multipliziere ich mit dem aktuellen Rentenwert 37,60 Euro. Und dann bekomme ich eine Brutto-Monatsrente von 1.015,20 Euro. So, ganz einfache Kiste. Ja, das heißt, die gehen 27 Jahre arbeiten, kriegen 1.015 Euro Brutto-Monatsrente. Jetzt muss ich aber von den 1.015 Euro Monatsrente auch noch den Krankenbeitrag, den Zusatzbeitrag und den Pflegebeitrag abziehen, wenn man gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherung ist. Und das sind aktuell rund 12,1 Prozent. Ich gehe vom Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung bundeseinheitlich für das Jahr 2023 von 1,6 Prozent aus. Beim Pflegebeitrag habe ich einfach den Pflegebeitrag ohne Elterneigenschaft 4,0 Prozent genommen und den Krankenversicherungsbeitrag 14,6 Prozent. Davon die Hälfte 7,3 ergibt 12,1 Prozent. Ich hoffe, ich habe es richtig. Jetzt ziehe ich von diesen 1.015 Euro und 20 Cent Monatsrente, ziehe ich die 12,1 Prozent ab und komme auf einen Abzugsbetrag von 122,84 Euro, die Sie sozusagen von der Brutto-Rente abgezogen bekommen, monatlich. Also monatlicher Abzug. Das heißt also, wenn Sie das jetzt abziehen, bekommen Sie auf eine monatliche Nettorente von 892,36 Euro. Das ist der monatliche Auszahlbetrag nach 27 Jahren Arbeit. Ein Bundesbeamter bekommt nach fünf Jahren Arbeit Mindestversorgungsanspruch 1.866 Euro. Stand 2022. Man möge mir verzeihen, wenn ich diesen Vergleich immer bringe, aber ich glaube, das ist ein ganz heißes Thema in der gesellschaftlichen Diskussion. So, meine Damen und Herren, und nun habe ich mir mal angeguckt, wie das gesetzliche Existenzminimum im Jahr 2024 für einen Erwachsenen in der Regelbedarfsstufe 1 aussieht. Das liegt nämlich bei 981 Euro. Ja, da staunen Sie. Gucken Sie mal, Sie kriegen eine Rente von 892 Euro. Ja, hier oben steht es. Wir haben hier ein Existenzminimum von 981 Euro. Das setzt sich zusammen aus 562 Euro Regelbedarf, ich glaube, das ist der neue Regelbedarf, oder 563 Euro, dann 327 Euro Kaltmiete. Das ist so ein Durchschnittswert für bundeseinheitliche Kaltmiete und 92 Euro Heizkostenzuschuss. Das ergibt 981 Euro, meine Damen und Herren. Das heißt also, ich bin, wenn ich 27 Jahre arbeite und bekomme dann irgendwann meine Regelartersrente, ja, ich kann ja mit 27 Jahren nichts anderes bekommen als eine Regelartersrente, für andere Altersrenten reicht dann die Wartezeit nicht aus, dann habe ich nur Anspruch auf 892 Euro netto Auszahlungsbetrag, hingegen ich ein Existenzminimum habe von 981 Euro. Das heißt also, ich werde dann schlicht und ergreifend ein Sozialfall. Daher kann ich die Meinung vom Bundesministerium für Arbeiten Soziales keineswegs teilen, dass bei 27 Jahren die Sozialhilfeschwelle, also bei 27 Jahren Arbeit und dann der Rentenwert, der sich daraus ergibt, die Sozialhilfeschwelle überschritten ist. Das stimmt so nicht, meine Damen und Herren. Also, Sie sehen, in dem ersten Fall 27 Jahre arbeiten, sieht die Sache ja schon mal so aus, wie ich es dargestellt habe. Und jetzt kommen wir zur nächsten Modellberechnung und zwar 37 Jahre Schuften und zwar im Durchschnittsverdienst. Und da habe ich auch mal eine Berechnung gemacht, dass Sie das mal nachvollziehen können. Und das ist dann auch wieder so relativ einfach. Das Durchschnittsentgelt im Jahr 2023 sind 43.142 Euro. Sie kriegen, wenn Sie 43.142 Euro verdienen, einen Entgeltpunkt. Sie müssen sich mal Folgendes überlegen. Ich mache gleich weiter mit der Berechnung. Sie müssen es ja mal schaffen, im Jahr 43.142 Euro zu verdienen. Brutto. Das Durchschnittsentgelt, das vorläufige Durchschnittsentgelt im Jahr 2024 steigt ja schon wieder an auf über 45.000 Euro. Das heißt also, das müssen Sie erst mal schaffen. Und das schaffen nicht alle. Wir haben also zum Beispiel auch Leute, die im Mindestlohn arbeiten, die haben eine deutlich niedrigere Rente. Da zeige ich Ihnen nachher auch nochmal den Betrag. Habe ich auch hier nochmal in dem Beitrag für Sie veröffentlicht. Also, ich bekomme einen Entgeltpunkt, wenn ich 43.142 Euro brutto verdiene im Jahr. Jetzt nehme ich 37 Jahre, meinen Entgeltpunkt sind 37 Entgeltpunkte. Also, wir knallen da wieder ordentlich durch, schuften bis zum Anschlag, ohne krank zu werden, arbeitslos, Ehescheidung und weiß der Teufel was. So, alles wunderbar. So, und dann multipliziere ich die 37 Entgeltpunkte mal 37,60 Euro, aktueller Rentenwert, der zum 1.07.2023 gilt. Dann komme ich auf eine Bruttomonatsrente von 1.391,20 Euro. Also, 10 Jahre länger gearbeitet, sieht die Sache schon mal ein bisschen freundlicher aus, was den Bruttomonatswert anbekommt. Jetzt muss ich aber von den 1.391,20 Euro natürlich wieder die 12,1 Prozent Kranken- und Pflegebeitrag abziehen. Ich hatte Ihnen das vorhin im vorherigen Beispiel erklärt, was das ist. Komme ich auf 168,33 Euro. Also, ich ziehe von den 1.391,20 Euro 12,1 Prozent ab. So, dann komme ich, wenn ich diese 168,33 Euro von den 1.391,20 Euro bruttomonatsrente abziehe, auf einen Auszahlbetrag von 1.222,87 Euro, Netto-Rente. Also, ich gehe mit 67 dann Rente und bekomme genau diesen Rentenwert ausgezahlt. Meine Damen und Herren, damit stimmt die Modellberechnung des Sozialministeriums und meine Berechnung oder unsere Berechnung von Rentenbescheid24d fast annähernd überein. Ja, also, das ist sozusagen schon diese ganze Geschichte. Aber wenn man sich mal 1.222 Euro nimmt als Monatsrente und will davon in München, in München leben, dann können Sie das dort gar nicht. Also, sind Sie dort ein Sozialhilfefall, ja, das ist auch schon wieder ortsindividuell abhängig in der Betrachtung, in der Betrachtung, ob Sie gegebenenfalls mit dieser Rente in München, Köln, Hamburg oder auch meinetwegen gerne in Stuttgart und jetzt beginnend auch Dresden und Leipzig damit überhaupt gar nicht mehr klarkommen monatlich und wenigstens hier bei der Wohngeldstelle hier noch Geld beantragen müssen, meine Damen und Herren. Das ist genau der Punkt, um den es hier letzten Endes geht. Und dann habe ich mir einfach nochmal erlaubt und habe hier mal noch ausgerechnet, wenn jemand 14 Euro Mindestlohn hat und da 37 Jahre arbeitet, dann bekommt der eine Bruttomonatsrente von 938 Euro. Und das macht netto 824 Euro und 75 Cent Auszahlbetrag aus. Das heißt also, selbst 14 Euro Mindestlohn reichen definitiv nicht aus, um eine Rente zu bekommen, die über der Armutsgrenze liegt. Meine Damen und Herren, ich bin ja der Meckerer vor den Herren, ja, und das soll auch bitte schön so bleiben. Ich werde immer diesen Finger erheben und in die Wunde reinlegen und sagen, Leute, so geht es einfach nicht, ja. Es kann nicht sein, dass ein Bundesbeamter oder auch meinetwegen ein Landesbeamter mehr Rente bekommt als ein Rentner, als ein Arbeitnehmer, der vergleichbare Arbeit leistet. Das ist unerträglich. Es ist ein unerträglicher Zustand, meine Damen und Herren. Ich gönne jeden Bundesbeamten, ich gönne jeden Landesbeamten seine Pension, aber bitte schön dann alle das Gleiche, ja, oder annähernd das Gleiche. Es kann einfach nicht wahr sein, dass wir hier ein dreigeteiltes Rentenversicherungssystem in Deutschland haben. Wir haben gesetzlich Versicherte, wo die Masse einzahlt. Ich im Übrigen zahle da auch einen als freiwillig gesetzlich Versicherter. Und wir haben Beamtenversorgungen und wir haben dann auch noch die Versorgungen der Landesabgeordneten und Bundestagsabgeordneten. Das sind alles unerträgliche Zustände, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen nur einfach sagen, jeder von denen, die ich damit anspreche, die müssen einfach schlicht und ergreifend wissen, dass sie als Beamte und als Abgeordnete im Bundestag nicht einen einzigen Cent aus ihrem laufenden Einkommen heraus für ihre Altersversorgung einzahlen. Und das ist auch ein ganz großes Problem, warum viele Menschen schlicht und ergreifend auch stinksauer sind und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso gibt es in Deutschland eine solche himmelschreiende Ungerechtigkeit? Wenn alle in einen Rententopf einzahlen würden, dann würden wir hier in Deutschland auch andere Renten haben. Wenn viel gerechter und dann würde auch diese Diskussion aufhören. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich nur sagen, 37 Jahre Arbeit, 1200 Euro Rente, das ist ein unerträglicher Zustand. Mein Name, alles weitere und nähere zu diesem Thema können Sie wie immer auf rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und ein wunderbares, frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Röppel.